In diesem Jahr feiert der Kultfilm Terminator sein 30-jähriges Jubiläum. Im Oktober 1984 jagten die Cyborgs als vernetzte Kampfmaschinen durch die Welt. Heute sind es keine Maschinen, sondern Menschen, die mit Wearables vernetzt sind. Rund um die Wearable-Technologie hat sich ein Hype entwickelt, der besonders in der Sport- und Freizeitwelt eingeschlagen hat. Vom interaktiven Pulsmessen bis zum Herzmonitoring reichen die Anwendungen. Und im B2B-Bereich wird das Gesundheitswesen entdeckt. Ebenso werden in der Industrie und der Logistik bereits Wearable-Technologien wie Smartglases erprobt und eingesetzt. Wichtigstes Plus ist das Hands-Free-Arbeiten. Gepaart mit Augmented-Reality-Lösungen weisen Smartglases-Lageristen den Weg zum richtigen Regal. Barcode-Scanner und andere Geräte sind überflüssig.